Es ist echt super, innerhalb von 10 Minuten in der Bergwelt zu sein und so am Wanderthog zu erleben. Es ist ein guter Ausgleich zum Altdruck und es ist echt eine Lebensqualität da. Es ist so unglaublich schön, wenn Mitte Mai da oben alles wieder zu entwickeln anfängt und die Farben bracht. Unglaublich! Wir sind heute ein Stück vom Adlerweg auf dem Adlerweg. Wir sind heute ein Stück vom Adlerweg auf dem Adlerhaus da oben. Und da oben machen wir einen super Ausblick über die ganzen Tiroler Berge. Bis zum Großglockner und Großveneniger. Und es ist einfach super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.